Lediglich der Auftakt. Coco Minka ESD, der Stamm von Coco Bongo Boy, Tochter des Cassini Boy Junior, Sandro Boy Junior und Katrine Kammern. Erste Zwischenzeit nehmen wir uns dort, das sind 15 Sekunden. Für uns hinten raus, Andi war bei 25 und gefühlt, muss ich da ganz ehrlich sagen, ist Katrin da sogar einen ganz kleinen Hauch schneller und ist hier wieder den kleinen Hauch schneller am Boden zum Weiterreiten kommend und nicht nur gefühlt, sondern auch real ist sie schneller. 37,71 Sekunden. Ja, wow! Zum zweiten Reiter hin wird das gleich schon einmal wieder schneller. Also, wie gesagt, der Pär soll da noch dran kommen, Henna. Hast du mir wieder gezeigt? Keine Ahnung, Katja. So. Das war's. Das war's.